Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite-Skin-Gameplays mit Medi-Man-Gleich. Ja geil, der hat hier sogar die Picke. Guckt mal da, wir haben hier den... die Magengranate. Und da ist die Picke, die ist sogar richtig groß hier. Ist der Wahnsinn. Jo, lassen wir es mal laufen. So Leute, Epic Games hat uns einen Creator-Code gegeben. Ihr könnt ihn eintragen unten rechts im Items-Shop. Sofort U-Gleich TTV. Dann auf Annehmen drücken. Es unterstützt uns sehr und ihr zahlt keinen einzigen V-Bag drauf, sondern unterstützt uns kostenlos. Und ich würde sagen, viel Spaß mit dem Video. Ist echt richtig groß, hab ich nicht gedacht. Diese Stachelwände. Ja, schauen wir uns mal an, was er hier macht. Auch wieder ein Sniper. Ach was. Ach was. Er hat den großen Hai-Fisch. Ja geil. Der war auch schon länger nicht mehr im Shop gewesen. Geil. Der Lasershark. Ja, Sniper will gelernt sein. Oh mein Gott. Und dann ist der Gegner direkt bei dir. Ja. Oh nein, mit dem Mini-Gun. Den muss er auch nur noch rein betreffen hier. Mann, 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 Mann. Ja. Ein Chuck nicht eingebaut. Ein Chuck nicht eingebaut. Ist nicht dein Ernst. 15 Sekunden braucht das Teil. Ja, das kann nie was hören. So, und da ist er auch schon recht. Ja, auch ein cooles Ding. Das ist ein cooles Teil. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst mal mit den Daumen da rum. Schreibt auch in die Kommentare. Abonniert den Kanal und wünscht alles jetzt mal ein, wenn es wieder heißt. Fortnite. Skin Gameplay. Bis dann. Tschüss.